Hallo, ich bin jetzt in Reussau. Das ist hier die Rönnschenstraße und auf dem Berg ist die Schule. Grundschule Reussau. Von der anderen Ecke ist der Bäcker. Es ist ruhig. Es ist doch Pandemiezeit. Corona. Versteigter Lockdown. Aber es schneit. Hier drüben ist es. Volksgut. Also Amgut heißt das. Amgut. 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 Amgut.